Herzlich willkommen bei Zentron. Wir sind ein führendes IT-Unternehmen für Cloud- und Server-Technologien. Um die höchste Sicherheit zu bieten, haben wir eigene Lösungen entwickelt. Diese verkaufen wir an namhafte Kunden in ganz Europa. Sag mal, bist du ein Nerd? Ne, ich bin Zentroniker. Wer ist die wichtigste Person bei Zentron? Ganz klar, die Hilde. Unser Bootsäge. Herzlich willkommen bei Zentron, Herr Fischer. Sie haben einen Termin bei uns für das Rechenzentrum. Da bräuchte ich einmal einen Ausweis von Ihnen, bitte. Oder einen Führerschein. Dankeschön. Haben Sie irgendwelche Handys, Speichermedien, Festplatten, irgendwas in der Richtung dabei? Genau, das würde ich, wenn es für Sie in Ordnung ist, auch bewahren hier. Das kriegen Sie dann wieder beim Verlassen des Gebäudes ausgehändigt. Habt ihr bei Zentron eigentlich eine Kantine? Ne, unsere Ausbilderin kocht frisch fürs ganze Team. Wie sind eure Kollegen so drauf? Kollegen? Du meinst Freunde? Betreibst du eigentlich Sport? Also wenn Kickern dazuzählen, eigentlich täglich. Und zwar in Ordnung. Überschedule.